Wie dual sind die denn? Isabel lernt internationalen Zahlungsverkehr. Moritz lernt heute Abend Isabel kennen. Caro träumt von einer Karriere als Zentralbankerin. Dozent Alphys hat immer noch 10 Minuten Zeit. Lena rechnet mit gutem Essen. Lukas zahlt die Rechnung von seinem Gehalt. Bene freut sich schon auf die Praxisphase. Olli hätte gerne sein Hemd wieder. Maler hängt an der Zukunft der Finanzmärkte. Jakob hängt noch an seinem Ex. Tim weiß alles über digitale Bezahlsysteme. Michelle weiß wirklich alles über digitale Bezahlsysteme. Dozentin Kehl Beckmann, Expertin beim Thema Bankenaufsicht. Bayern, Experte beim Thema Multitasking. Angelina hat Beamtenstatus. Adam hat jetzt auch noch Kultstatus. Wie dual ist das denn? Das duale Studium der Bundesbank. Jetzt mehr erfahren. Janina hat sich das 마무�ẳ 혼대. Vielen Dank.